Wir haben das Boson-Teil. Hicks Boson-Teil. Jahrzehntelang schon fragen sich die großen Forscher. Können wir sagen, in unserer Physik wär alles Roger? Die Theorie, wie es drinnen aussieht, im Atom da. Spielen Teilchen nach unseren Regeln, Boccia? Alle sagen, yeah! Sie haben viel geforscht, herumprobiert und sagen, yeah! Wir haben was entdeckt hier im Teilchen beschleunigt. Und alle sagen, langsam haben wir keine Zweifel, wenig Zweifel. Wir haben dieses Kerl, aber ein neues Partikel, ein Boson. Was für die Hicks Boson? Was für die Hicks Boson? Als Layman, ich würde sagen, wir haben es. Aber als Wissenschaftler, ich würde sagen, was haben wir? 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 Vielleicht das Boson-Teil? Hicks, 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 Boson-Teil. Mhm, das Boson-Teil. Hicks, 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 Boson-Teil. Falls ihr jetzt denkt, Toni Mono hat eine Schraube locker. Nee, nee, ah, das hier ist wissenschaftlich voll der Schocker. Ein Hicks zu finden, ist was Boson-Dres. Hicks, 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 Hicks. Aber hoppla, da faculty, auch Einstein bischen vom Hocker. Partic, 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 partic. Wir haben das Boson-Teil. BR 2017 ARD Text im Auftrag von Funk